Schalom und Gottes Segen zusammen willkommen zu einem weiteren Video, in dem wir uns heute mal einige Artikel anschauen wollen, die deutlich machen, dass apokalyptische Szenen global heute vonstatten gehen und teilweise Dinge geschehen, die Gott bzw. das Wort Gottes in der Bibel uns prophezeit hat vor Jahrhunderten und Tausenden von Jahren. Und da wollen wir uns heute mal anschauen, was geschrieben steht, nicht in der Bibel nur, sondern vor allem in den vielen Artikeln, die ich mal herausgefischt habe. Ich habe ein ähnliches Video schon mal gemacht, aber diesmal sozusagen noch ein bisschen aktualisiert und wie gesagt ein bisschen chronologisch geordnet. Und vor allem sind die Artikel von dem Jahr 2020 und 2021. Aber zunächst fangen wir erstmal etwas früher an. Auf der Seite aktion-deutschland-hilft.de heißt es, Hungersnöte 690 Millionen Menschen weltweit hungern. Durch Covid-19 droht sich der weltweite Hunger zu verschärfen. Fast 700 Menschen, 700 Millionen Menschen leiden also an Hunger. Da kann man in der Tat von einer Hungersnot sprechen. Und ich werde auch die nächsten Artikel nicht großartig kommentieren, denn ich glaube, die Artikel zusammengefasst sprechen für sich. Am 8. September 2016 wurde berichtet, russischer Fluss färbt sich blutrot. Ein geradezu apokalyptischer Anblick. 23. November 2017. Zunahme starke Erdbeben. Die Forscher warnen vor einer 20-30%iger Zunahme starke Erdbeben. Und jetzt kommen wir in die aktuellere Phase noch, nämlich ins Jahr 2020. Da wird angefangen zu berichten am 25. Februar. Apokalyptischer Schneesturm überrollt New York. 23. März 2020. Biblische Plage. Millionen von Heuschrecken fressen Horn von Afrika kahl. 7. Oktober 2020. Viele Menschen haben während der Corona-Pandemie apokalyptische Träume. Und jetzt kommen wir ins Jahr 2021 und da schauen wir uns mal an, was allein dieses Jahr so auf der Welt geschehen ist. 24. April. Zombie-Apokalypse als Übung für strategisches Denken. In den USA gibt es ein Dokument darüber, was im Fall einer Zombie-Apokalypse zu tun ist. Unglaublich, aber wahr. 12. Juli. Hitze in den USA. Mehr als 53 Grad. Apokalyptische Szenen. Dann in Deutschland. 18. Juli. Hochwasser in Nordrhein-Westfalen. Apokalyptische Bilder. Ähnlich in Italien. Da gab es folgenden Bericht von NTV vom 27. Juli. Neue Unwetter. Italiener flüchten vor riesigen Hagelkörnern. Dort fallen Eisbrocken so groß wie Tennisbälle vom Himmel. Und jetzt ein ganz spezieller Artikel vom 14. August. 48,8 Grad auf Sizilien gemessen. Hitzewelle in Europa. Hoch-Luzifer bringt Höllenhitze nach Europa. Ich wiederhole. Hoch-Luzifer bringt Höllenhitze nach Europa. Na, das kann ja heiter werden. 5. September. Brennpunkt Afghanistan. Jemand berichtet nach der Machtübernahme durch die Taliban. Es fühlt sich an wie eine Realität gewordene Apokalypse. Dann 6. September 2021. Apokalyptische Szenen in der Karibik. Irma hatte sich am Dienstag zum stärksten Hurricane entwickelt, der jemals über dem offenen Atlantik gemessen wurde. Dann eher im technischen Bereich droht auch eine Apokalypse. Eventuell denn, am 7. September wurde berichtet, US-Studie zu Sonnenstürmen. Im Ernstfall könnte eine mehrmonatige Internet-Apokalypse drohen. Und dann könnten solche Videos wie diese oder allgemein nicht mehr gebraucht werden, nicht mehr angeschaut werden. Zum Beispiel, um die Menschen aufzuklären über das, was in der Endzeit alles geschieht um sich herum. Und der letzte Artikel vom 11. September 2021, 20 Jahre nach 9-11, da heißt es Apokalyptische Anblick. Tornado verwüstet italienische Insel Pantelleria. Und wenn wir uns dann diese ganzen Berichte von 2020 und 2021 anschauen, dann wird deutlich, in was für einer Zeit wir heute leben, prophezeit als die vorwählende Endzeit, könnte man sagen. Denn es wird nicht unbedingt besser. Besser wird es erst, wenn König Jesus Christus hier sein Königreich auf Erden errichtet. Aber schauen wir mal in der Bibel, was wir da alles so finden. Im Buch der Offenbarung und was Jesus sagt, starten wir mit dem letzten Buch der Bibel, Offenbarung 9, Abvers 3 und Offenbarung 16, Abvers 4. Da wird folgendes prophezeit für die Zeit, in der wir leben und in der wir voranschreiten. Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken hervor. Und der dritte Engel goss seine Schale aus in die Flüsse und die Wasserquellen, und sie wurden wie Blut. Und der vierte Engel goss seine Schale aus auf die Sonne, und ihr wurde gegeben, die Menschen mit Feuer zu versengen. Und die Menschen wurden versenkt von großer Hitze. Und ein großer Hagel mit zentner schweren Steinen kam aus dem Himmel auf die Menschen herab. Und auch Jesus sagte in Lukas 21, Abvers 9, Wenn ihr aber von Kriegen und Unruhen hören werdet, so erschreckt nicht, denn dies muss zuvor geschehen. Aber das Ende kommt nicht so bald. Und es wird hier und dort große Erdbeben geben. Wir haben gelesen, starke Erdbeben nehmen zu. Hungersnöte. Wir haben gesehen, 700 Millionen Menschen leiden unter Hunger und Seuchen. Ja, da brauche ich, glaube ich, nicht mehr viel dazu sagen. Also vieles, was prophezeit wurde im Alten und im Neuen Testament, da gibt es viele Versen und ich hätte noch mehr Artikel bringen können, die zeigen doch deutlich, in was für einer endzeitlichen Phase wir uns heute befinden. Und deswegen gilt auch der folgende Vers oder die folgenden zwei Verse, die zwar sehr oft zitiert werden, aber am besten im besten Falle auch in die Tat umgesetzt werden sollten. Das gilt für jeden Einzelnen und für alle Nationen der Erde. Denn im zweiten Buch der Chroniken, Kapitel 7, Abvers 13 heißt es, Wenn ich den Himmel verschließe, spricht Gott, sodass es nicht regnet, oder den Heuschrecken gebiete das Land abzufressen, oder wenn ich eine Pest unter mein Volk sende, und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen worden ist, demütigt sich, und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, so will ich es vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Aufbauen, was abgebaut wurde oder zerstört wurde, heilen, was krank wurde, das ist, was Gott gerne macht, aber wir wissen, Gott ist nicht nur ein gnädiger, liebevoller Gott, sondern auch ein gerichter Gott und letztendlich erntet jeder Einzelne, was er verdient hat, aber auch Nationen, wenn sie dann eines Tages in der Mehrheit ein paar dumme Dinge tun, wie Sodom und Gomorra oder Ägypten, teilweise Babylon und Co. Wir wissen, was in der Vergangenheit geschieht, und wir wissen, was auch in Zukunft geschieht, jedenfalls diejenigen, die die Bibel kennen und glauben und lesen, denn falls die, die das nicht tun, ja, die tappen im Dunkeln laut Bibel und wissen nicht, was um sie herum vor sich geht. Da gibt es viele Verschwörungstheorien, die allerdings nichts mit dem zu tun haben, was die Wahrheit ist, nämlich die Bibel, und deswegen kann ich nur appellieren, ihr seht, in was für einer Zeit wir leben, was auch immer ihr heute für ein Glauben habt, ob New-Ager-Chakren ihr irgendwie öffnen zu versuchen gedenkt oder irgendwelche Meditationen vollbringt oder irgendwie atheistisch, agnostisch, kommunistisch, was auch immer unterwegs seid, am Ende des Tages könnt ihr nicht sagen, ihr hättet nie von der Wahrheit gehört, denn allein wenn ihr jetzt dieses Video gehört habt, habt ihr von der Wahrheit gehört, denn die Wahrheit kommt ans Tageslicht und die Wahrheit wahr ist und bleibt der König Israel, der Messias, der Herr der Herren, der Sohn Gottes, Jesus Christus. Amen und Gott segne euch. Amen und Gott segne euch.